Heute erfährst du mehr über den Blue Lazy. Los geht's! Der Blue Lazy hat seinen Ursprung im Barnett County, was in Bundesstadt Texas in den Vereinigten Staaten von Amerika liegt. Die vier Brüder Frank, Church, Yvonne und Harry Lazy zogen im Jahre 1858 von Kentucky nach Texas. Da sie für ihre Farmarbeitshunde brauchten, die ihnen bei der Jagd nach Wildschweinen sowie bei der Arbeit mit Rindern behilflich sein konnten, beschlossen sie, eine neue Rasse zu schaffen, die ihren Ansprüchen genügen sollte. Für ihre Zucht kreuzten sie zunächst English Shepherds mit Greyhounds und nahmen im Anschluss noch Laufhunde in die Kreuzung auf. Die so entstandenen Welpen gelten als die Ursprungstiere der neuen Rasse, die aufgrund ihrer häufigen Blaufärbung und dem Nachnamen der Züchter Blue Lazy genannt wurde. In einigen geschichtlichen Quellen ist zudem die Rede davon, dass zusätzlich Wölfe oder Kujoten eingekreuzt wurden, dies ist jedoch sehr umstritten. Die selbstbewussten, mutigen Hunde brauchen einen erfahrenen Besitzer, der ihnen mit Selbstvertrauen und Konsequenz begegnet. Die Widerrisshöhe bei Rüden und Hündinnen beträgt 46 bis 53 cm. Die Lebenserwartung liegt zwischen 10 und 12 Jahren. Der Blue Lazy wird auch heute noch vorwiegend in den Vereinigten Staaten gezüchtet. Die meisten Züchter geben ihre Tiere ausschließlich in Jagd- oder Rennschhäuser ab. Es gestaltet sich somit sehr schwierig, einen Blue Lazy in Deutschland zu bekommen. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, das Video von Dogbible anzusehen. Wir haben viele weitere Videos zu fast allen Hunderassen der Welt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gern ein Like da und abonniert diesen Kanal. Ciao!